Das wird schön, wirst du sehen, du lächelst noch drei Stufen hoch, dann die Tür. Hier öffnet Julia, kennt dich vom Studium, freut sich riesig und ihr Freund heißt Finn. Arbeitet im Finanzbuchwesen und lernt jetzt vietnamesisch, weil im Winter wollen sie da hin. Und wir warten auf Lars und Wiener, die sind am offenen Abend, Hermine. Sie wollen das klären, wollen wir hoffen, sie geben Bescheid. Jetzt erstmal runterkommen will Ramona, dann gleich am Montag nochmal nachfragen, weil heute wieder niemand mehr erreicht. Sei immer so und immer das Gleiche, Zeitplan rot, Kollege weiche und die Projektleitung, der doch nach Haar bleibt. Aber bei mir bleibt nicht verzehrt, dankbar sein, gesund ernähren, mehr Zeit für mich. Das verliert halt oft nicht leicht. Und wir warten auf Lars und Wiener, die sind am offenen Abend. Und Hamini, sie wollen das klären, wollen wir hoffen, sie geben Bescheid. Ach, hallo Amalia und Arno, waren in Somalia und Sinn und wieder da. Schön war's, das Meer, der Strand und Sonne nun. Auch viel Spaß, Jasmin und Robin, bei dem Mediendesign, die Hobbys, Reise, Sport, Kultur. Nach Amazonas rauf bis ganz zum Ursprung. Richtig geht, wir sind die Gene-Führung, nur bis Mittwoch, leider liegt er dann jetzt doch schon Freitag, drei Uhr. Und wir warten auf Lars und Wiener, die sind am offenen Abend kamen. Aber sie wollen das klären, wollen wir hoffen, sie geben Bescheid. Oh, wie schön auch Max und Mona, er trainiert für den Marathon in Doha. Sie kommen Zeit, die Karriere, die Kollegen, die Kanzlei. Kurz vorbeischauen Karl und Karin, Head of Sales in Webconsulting, werden heiraten nächstes Jahr. KW3 haben auch Flyer, hast ne meiner dabei? Und wo, wo, wo bleiben nur Lars und Lina? Die sind am offenen Abend kamen, aber sie wollen das klären, wollen wir hoffen, sie geben Bescheid. KW3 haben auch Flyer, die sind am offenen Abend kamen, aber sie wollen das klären, wollen wir hoffen. Denn sie geben Bescheid, sie geben Bescheid, sie geben Bescheid, sie geben Bescheid.